Der Mann ist eine echte Type, super sympathisch und lustig. Über Nacht wurde der Kölner zum Star im Internet. Sein Video auf YouTube haben sich inzwischen Millionen von Menschen angesehen. Und wer ihm zuschaut, der muss einfach lachen. Er macht kein Kabarett, er legt Musik auf. Inzwischen hat er den Spitznamen DJ der guten Laune oder Crazy Old DJ. Im echten Leben ist der Mann aus Köln-Rondorf alles andere als verrückt. Das ist Christian. 53 Jahre alt, Bürokaufmann aus Köln-Rondorf. Ein ganz normaler Mensch. Das ist auch Christian, als DJ der guten Laune. So kennen ihn Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Sein Video bei YouTube ist Kult. Kommt einfach von selber, kommt aus mir raus. Das ist ein Input, der bei mir das eben erzeugt. Ich denke, das ist bei allen Menschen mehr oder weniger der Fall. Die meisten können es nicht freisetzen. Die wenigsten können es freisetzen. Bei mir ist das eben so. Auch zu Hause am DJ-Pult legt Christian richtig los. Es ist die wundersame Verwandlung vom braven Büroangestellten zum Partylöwen. Sobald irgendwo Musik läuft, muss Christian sich bewegen. Beim Autofahren ist mir da schon mal ein Sitz durchgebrochen. Also es war an der Ampel offen gestanden. Habe ich mir ein Vergnügen draus gemacht. Vor Jahren, als ich noch mehr Auto fuhr, vor einer Ampel stehend, Gang schon mal reingelegt und dann da abgerockt. Die nebenan, die guckt natürlich nur. Ich hatte die Ampel im Blick und bin dann locker, bin ich dann losgefahren, während die noch am Gucken waren. Und bei so einer Aktion ist mir dann so ein Sitz auch mal abgebrochen. Weil da werden schon Energien freien. Ausgelöst hat den Hype dieser Herr hier. Auf einer Hochzeit hat er den tanzenden DJ gefilmt, das Video ins Netz gestellt und ihm den Namen DJ der guten Laune gegeben. Der Rest ist bekannt. Eigentlich ist es ein ganz lustiges Gefühl, weil ich habe auch Freunde in Amerika und die hatten mir das gepostet. Und dann habe ich denen zurückgeschrieben, ja, ja, ich kenne das, ich habe es gedreht. Und das glaubt natürlich einem niemand, weil niemand kennt irgendjemanden, der so einen YouTube-Hype mal ausgelöst hat. Also alle kennen YouTube-Hypes, aber niemand kennt die Urheber. Und das ist eigentlich immer ganz lustig, dass die Leute es nicht glauben. Bei YouTube schreiben die Fans Kommentare über den Techno-Opa und fragen sich, wie man nur so gut drauf sein kann. Da ist etwas in Gang gekommen, was nicht mehr zu stoppen ist. So richtig glauben kann Christian noch nicht, was da passiert ist. Ich fühle mich positiv erkannt. Also ich fühle mich von denen mehr erkannt, als ich das selber wahrnehme. Wenn ich das sehe, sehe ich das kritisch, denke ich an manchen Stellen, das ist aber ein bisschen wild. Und wenn ich das manchen sage, dass es das gibt, dann warne ich auch ein bisschen vor schon mal. Aber was zurückkommt, ist dann immer nur total positiv. Die nehmen das als Antidepressivum und ohne Nebenwirkungen. Natürlich könnte Christian all das inszeniert haben, um seinen Marktwert zu steigern. Seine Gage als DJ hat er auf jeden Fall schon einmal erhöht. Wahrscheinlich aber ist, dass er nur ein musikverrückter Freak ist, der Spaß haben will. Ich bin der DJ der guten Laune. Es macht mir einfach Spaß, den Leuten so positiv was rüberzubringen. Richtig schön, doch, richtig klasse. Und die haben ihren Spaß, wenn er wie jeden Tag auf seinem Fahrrad vorbeitanzt. Der DJ der guten Laune. Boy, you turn me inside out and round and round. Boy, you turn me, ja. Diana Ross hat wahrscheinlich ihn gekannt und das Lied ihm gewidmet. Ich finde ihn lustig. Ich habe mir das heute dreimal angeguckt, das Video.